Hey ho liebe Minecraft Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge. Hallöchen Popöchen. Hallöchen Popöchen. Hallöchen Popöchen. Heute spielen wir Lethal Company 2. Geweckt nix so, du darfst es nicht, du darfst es nicht. Nein, geweckt, du darfst es nicht, du darfst es nicht, du darfst es nicht. So, jeder macht jetzt hier so ein cooles Gesicht. Mit ein Glas? Mit ein Glas? Ey John, was ist jetzt von meinem neuen Gesicht? Toll. Sche... scheußlich. Ja, guck mal, ich will aufs Spooktube gehen. Aber das ist offline. Spooktube. Das ist online, online, durchgehend online. Nexer, guck mich mal an. Ja. Komm ran. Was sind eure Eindrücke, bevor wir in die alte Welt gehen? Los geht's, los geht's, los geht's Leute. Tür schließen. Tür schließen. Oh oh. Ich muss Closer fragen. Oh nein. Ich brauche das für die B-Woppe. Hä? Was? Ja, ich hab Puls gehabt. Aber hier mal aufhören. Da steht die perfekte Tür. Hallo. Ich hasse nicht. Ich hasse nicht. So sehr. Ähm. Jungs, wir haben ein Problem. Wir haben nur noch 54% Film. Ja, ich bin so weit weg. Wir haben auch keine Ausdauer. Wir haben auch keine Ausdauer. Ja, weil wir springen jetzt nicht. Leute. Ey Leute, da geht's runter. Film. Wenn du Eier hast. Wenn du Eier hast, sprichst du das Zeug an. Oh mein Gott, glaub mal, da weint schon. Oh mein Gott, was war das Ding? Wie geil sieht das aus, denn? Was ist das? 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 Da hinten irgendwo. Da in der Ecke. Ich bin tot. Hallo. Wir nehmen in Europa, weil die Krankenhausrechnung ist 0 Dollar. Mach mal ein Foto von uns. Hier ein Foto mit deiner Mutter. Wie liegst du da? Guck dich doch mal an. Das schlägt mir doch nicht. Nächstes stehen wir nochmal. Steh mal auf und guck dir mal an wie du schlägst. Hallo. Bläst du mir gerade ein? Okay, ready to... Hh! Hh! Stop it, stop it! Digga! 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 Das los, ich bin nach Hause! Digga doch noch zufrieden ist! Das war zu heftig, du, Ega! Next, du musst an die Oberfläche, du musst das rechnen! Neck kann uns nicht hören wie sie tun! Geht das nicht nur weiter ran! Wir brauchen das Geld! Alleine, ich hab das! Wie soll ich etwas Gruseliges für ihn fassen? Ich hab das noch mal gefilmt! Ich hab's dreimal gefilmt und als du einfach weggezwungen wirst! Erhört uns nicht, Olli! Ich bin der Geist von deinem gefeiligen Freund! Digga, warum geht der denn nicht an die Oberfläche? Ich versteh's nicht! Er muss doch was Gruseliges filmen, dass er sich nicht erklären kann! Er scheint, dass ich das gerade eben erklären kann! Er könnte sich das gerade eben erklären! Er findet doch nie wieder zurück von da, wo er ist, oder? Nein, bitte nicht! Wir fänden die Kamera auch in die Wiener! Das ist einfach mal verspendet! Wir haben einfach so viele gute Aufnahmen gehabt, das ist einfach mal verspendet! Oh Mann, Alter! Pass auf, pass auf! Ich schicke jetzt eine Geisternachricht auf Steven! Warum geht der immer tiefer? Jetzt kann ich mich ja selbstverständlich geförden! Nächste, du musst loslassen! Der Unfall war nicht deine Schuld! Wie lange läuft er? Er läuft im Kreis! Er läuft einfach wieder zurück! War's das? Er realisiert denn? Ich hoffe, der Ränder nicht geht! Oh Pfff! Nächste, komm mal her! Hey Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video! Wo hast du denn die Tasche? Ist das gruselig! Leute, das ist fucking gruselig! Das ist fucking gruselig! Der Kru! Wir haben letztens gestorben! Lass da reingehen, Leute! Lass da reingehen! Ich schicke immer noch die Taschen an, für die wir mitnehmen können! Alles klar! Such die Mann! Nächste, geht's dir gut! Der Junge ist einfach da runtergefallen! Glaubt ihr das, Leute? Heilige Scheiße! Liken und abonnieren, wer mehr davon sehen will! Wir gehen jetzt da gleich runter! Oh mein Gott, Leute! Was geht hier ab? Ah! Es hat mich! Es hat mich! Und was hat mich, Leute! Digga! Digga, was ist das? Digga! Digga, was ist das? Hey Leute, helf mir! Helf mir! Was ist das? Digga, was ist das? Digga, jetzt ohne Scheiß, Digga! Das macht keinen Spaß mehr! Hilf mir! Hilf mir, Leute! Oh mein Gott, Digga! 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 Hilf mir! Heilige Scheiße, Jungs! Digga! 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 Was läuft hier? Du bist zu lange, ich steh dir nicht! Digga! Was läuft hier, Mann? Ich muss da nicht so einen Scheinen ran! Ich bin mir es! Ich bin mir es! Ich bin mir es! Ah! Nein! Es hat mich! Es hat mich! Es hat mich! Ich halte drauf! 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 So! Ich schmeck weg! Hyah! 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 Ich weiß nicht wie ich es alle ist! Hyah! A one-night-brank-shift, I was a good friend! Hyah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017